Okay, okay, jetzt habe auch ich die Early Access Version von Luminar Neo, gucken wir es uns an. So sieht es aus, aber bevor wir uns das genauer angucken, auch nochmal drei Vorbemerkungen. Und zwar habe ich auch für dieses Video eine Lizenz für Luminar Neo von Skylum gekriegt, dass man sie eben genau angucken kann. Deshalb ist auch dieses Video als Werbung oder als gesponsert gekennzeichnet. Trotzdem, du kennst mich, ich versuche da komplett unabhängig ranzugehen. Nummer zwei, Luminar Neo sieht aus wie, also hier haben wir Luminar Neo und es sieht aus wie, hier haben wir es, hier haben wir Luminar AI. Und tatsächlich ist das irgendwie der Nachfolger. Also für mich ist das der Nachfolger, auch wenn es eine eigene Software ist. Es ist ein bisschen schneller, aber im Großen und Ganzen, was ich jetzt ausprobiert habe, kannst du die gleichen Dinge mit Luminar Neo machen, wie auch mit Luminar AI. Das heißt, wenn du jetzt überlegst, eins von beidem zu kaufen, ich bin der Meinung, eines davon reicht. Obwohl es jetzt gerade irgendwie tolle Angebote gibt. Ich verlinke dir unten drunter eigentlich welche, wo du beide kriegst. Aber wenn du das Video guckst, wo Luminar Neo schon komplett veröffentlicht wurde, ich denke, Luminar Neo reicht. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt drei. Luminar Neo ist momentan noch nicht richtig öffentlich oder offiziell erhältlich. Es gibt so eine Early Access Version und die habe ich eben auch. Die kann noch nicht alles und es kann auch sein, dass sich das, was ich dir jetzt zeige, nochmal ändert. Aber genug gelabert, gucken wir uns an, was man damit machen kann. Und ich habe hier den Katalog und habe auch schon das erste Bild aufgemacht. Gehen wir auf Bearbeiten und da gibt es nämlich eine richtig coole Geschichte. Hier müssen wir auf Werkzeuge gehen. Hier sieht man sonst die History, was man bearbeitet hat. Und jetzt machen wir einfach mal Enhance. Ziehen hier mal komplett hoch und dann siehst du, dieses Bild hat jede Menge Sensorflecken. Sony Kamera halt. Aber da gibt es eine echt coole neue Funktion und die heißt hier Staubflecken entfernen. Stromleitungen entfernen kann man auch, gibt es ja auch keine. Gucken wir uns nachher an. Da machen wir Staubflecken entfernen. Das dauert ein kleines bisschen. Man muss halt nachdenken, was alles so ein Staubfleck sein kann. Aber es geht viel, 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 viel schneller, als es von Hand zu machen. Also meine Kanalmitglieder kennen das. Ich habe einmal gezeigt, wie ich dieses Bild in Lightroom bearbeitet habe. Das haben wir, ähm, so habe ich es mit Lightroom bearbeitet, wobei das 20 Minuten gedauert hat oder so. Und da habe ich allein schon 5 Minuten die Sensorflecken entfernt. Und jetzt mit Lumina AI haben wir es hier und die Sensorflecken sind weg. Schon echt eine coole Sache. Aber, wenn du guckst, gucken wir mal an das Auge. Also hier, die Sensorflecken sind zwar da, mit Auge wieder weg. Aber hier und hier, guck mal, da hat ein bisschen zu viel weggenommen. Ist auch nicht schlimm. Da machen wir einfach maskieren, gucken, ob wir so ein Radiergummi haben. Zoomen ran und maskieren das einfach raus. Dann ist hier dieser, was ist das, Erika, Giebel, Giebel, oder? Wieder da und hier maskieren wir auch. Und dann passt das auch schon wieder. Hier machen wir wieder aus. So. Und dann sind die Sensorflecken weg. Da ist noch ein ganz kleiner, aber das hat er irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Lassen wir es aber einfach. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit diesem Bild. Wobei, fertig sind wir natürlich nicht. Man kann ja noch einiges machen. Also in Hands könnte man jetzt die Himmelverstärkung vielleicht noch ein bisschen machen. Und dann bei Entwickeln. Das Entwickeln-Modul ist auch neu zusammengefasst. Da ist eben zusammengefasst, was zusammengehört. Ganz cool. Da können wir so ein bisschen mehr sonnenuntergangmäßig machen, das Bild. Wobei ich dir gar nicht zu viel zeigen will hier. Weil das kann man alles auch mit Luminar AI machen. Nur eben diese Sensorflecken entfernen. Das geht nur mit Luminar Neo. Und das ist einfach eine super Zeitersparnis. Aber gut, jetzt habe ich schon angefangen. Machen wir doch ein bisschen rum. Können wir Struktur noch ein bisschen machen. Na ja, nicht zu viel. Bildrauscheln entfernen brauchen wir nicht. Details brauchen wir auch nicht. Was es hier auch gibt, ist Neubelichtung. Das ist auch eine Neuerung in Luminar Neo. Und zwar kann man da wählen zwischen nah und fern. Wobei es funktioniert nicht immer so richtig gut. Nah ist eben das. Ich habe es gemacht. Dauert halt auch ein bisschen. Und jetzt kann ich sagen Tiefe. So, also du siehst, er sieht schon, das ist nah irgendwie dieser Hügel. Aber er geht schon ein bisschen da drüber raus. Und vor allem hier oben auch das Türmchen kriegt er gar nicht mit. Das ist ein bisschen doof. Fern könnte ich jetzt ein bisschen dunkler machen. Dann siehst du genau, wo er jetzt was dunkler und heller macht. Also, perfekt ist das hier nicht. In diesem Bild, es gibt andere Bilder. Wie gesagt, kommen wir gleich dazu. Da geht es besser. Ich wollte sie nur gezeigt haben. Was können wir denn noch machen? Stimmung. Sonnenstrahlen brauchen wir hier nicht. Himmel Neubelichtung. Landschaft. Landschaft gibt es aber, glaube ich, auch schon in Luminar AI. Aber hier könnte ich die Golde eine Stunde reinziehen. Dann wird es einfach ein bisschen schöner. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel zeigen. Jetzt ist wirklich Arbeit, um es noch ein bisschen besser hinzukriegen. Gerade hier ausmaskieren, hier heller machen und so weiter und so fort. Gehen wir aber weiter zum nächsten Bild. Und gucken wir uns mal die Sachen mit den Stromleitungen an. Halt, Stopp. Ich hatte irgendwie ein perfektes Timing mit dem Video. Denn kurz bevor ich es veröffentlichen wollte, kam eine neue Version von der Early Access Version von Luminar Neo raus, wo genau diese Stromleitungen entfernen verbessert wurde. Also gucken wir uns jetzt natürlich eine neue Version an. Das war ja doof. Man geht auf Radieren und klickt einfach auf Stromleitungen entfernen. Da muss er eine ganze Weile nachdenken, was denn alles so eine Stromleitung sein könnte. Aber er entfernt das meiste. Also warten wir da auch gern drauf, würde ich mal sagen. So, sie sind schon weg. Das sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Auf den zweiten sieht man aber, dass er hier irgendwie noch was vergessen hat. Warum auch immer. Und da hat er was vergessen. Aber das radieren wir einfach alles weg. Na, so richtig sauber radiert hat er das nicht. Aber, na gut. Es fällt nachher jetzt nicht auf, wenn man das quick and dirty. Das hat er gut gemacht. Hier haben wir sonst noch irgendwo Stromleitungen. Da glaube ich, oder? Aber, ja, das ist was. Wobei, oje, ob er das weggradiert kriegt. Na, probieren wir mal. Was er macht. Ja, das hat er nicht so schön hingekriegt. Naja, egal. Also, das muss auch erstmal einem auffallen. Und wie gesagt, den Großteil hat er ratzfatz gemacht. Also auch hier Hut ab. Es wurde verbessert. Vielleicht wird es nochmal verbessert. Aber ich würde sagen, wir gucken uns noch ein paar andere Beispiele an. Jetzt wieder in der alten Version. Denn da hat sich nichts Großartiges getan zur neuen Version. Anderes Bild. Anderes Beispiel. Und zwar das Neubelichten machen wir bearbeiten. Dann müssen wir erstmal wieder zurücksetzen hier alles. So. Okay. Können wir zuschneiden erstmal machen. Wie würde es zuschneiden? Dann sieht man die Windel nicht. Wunderbar. Also ausrichten funktioniert irgendwie nicht so richtig. Jetzt mal hier ausrichten. Aber ich weiß nicht, an was er es jetzt ausgerichtet hat. Weil ich würde es ja am Horizont ausrichten. Also da muss ich noch ein bisschen was tun. Aber gehen wir mal direkt zum Neubelichten. Na, soll er einfach heller machen. Er denkt auch hier ein bisschen nach. Und du siehst, das Kind ist heller geworden. Das ist ziemlich cool. Jetzt könnte ich ja eine Tiefe noch ändern. Dann siehst du, dann wird es da hinten auch heller. Oder wieder zurück. Dann wird es da eben nicht heller. Auge. Also das ist eine saukoole Funktion. Aber auch keine Revolution. Denn wenn wir zu Lightroom gehen. Da habe ich hier schon was vorbereitet. Hier dieses Bild. Da muss ich auch zur Originalversion zurückgehen einfach. Dann machen wir automatisch. Dann ist das Kind schon hell. Und ich könnte sogar... Ich kann es einfach nochmal komplett zurücksetzen. Ich kann nämlich auch einfach bei Lightroom Motiv auswählen machen. Und dann hat er das. Dann kann ich das Kind komplett ohne die anderen Sachen heller oder dunkler machen. Andere Methode bei Lightroom geht aber auch. Deshalb keine Revolution. Aber eine Evolution bei Lumina AI kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Zum Schluss noch. Ah, nee. Nicht nur zum Schluss. Warte mal. Gucken wir mal hier. Denn dieses Belichten. Machen wir auch mal original wieder herstellen. So. Und hier habe ich auch Neubelichtung. Hier ist nämlich total komisch. Hier mache ich nah. Und dann soll er heller machen. Dann macht er nur hier vorne hell. Aber ich kann es ja weiter in die Tiefe ziehen. Und da ist einfach nur wie ein Verlaufsfilter. Der hier hochgezogen wird und heller macht. Denn du siehst, der Baum wurde zwar hier unten heller. Hier oben aber nicht. Und irgendwie das passt überhaupt nicht. Genauso wie fern. Wenn ich jetzt hinten dunkel mache. Und es dann runter ziehe. Hier sieht man es schön an dem Baum. Also da erkennt Lumina überhaupt nicht, was es sein soll oder so. Funktioniert leider nicht immer. Aber manchmal ist es brauchbar. Nehme ich in diesem Beispiel. Ah, da muss ich auch erstmal wieder zurücksetzen. Ich habe das halt alles schon mal vorher probiert. Original wieder herstellen. So. Alles ganz dunkel. Und ich möchte jetzt den Vordergrund aufhellen. Also mache ich hier wieder Neubelichtung. Mach nah. Ganz hell. So, jetzt hat er hier vorne hell gemacht. Und da sieht es ja tatsächlich irgendwie so aus. Als hätte er tatsächlich im Nahen hell gemacht. Okay, hier hat er ein bisschen Helos drumherum. Aber hier oben hat er halt nicht hell gemacht. Obwohl es auch nah ist. Wenn ich jetzt auch die Tiefe hochziehe. Und das ist genial. Dann wird es hier vorne tatsächlich hell. ohne dass sich das da hinten ändert. Und das geht eben nicht mit dem Verlaufsfilter. Das geht tatsächlich nur, indem er weiß, das hier und das hier ist vorne und das hier ist hinten. Also, so sieht es ohne aus. So sieht es mit. Das ist schon echt cool. Und hier haben wir auch die Stromlinien. Stromleitungen, nicht Linien. Radieren. Stromleitungen entfernen. Er denkt wieder ein bisschen nach. Und er denkt ein bisschen nach. Und mal gucken, was er jetzt hier macht. Fertig. Und sie sind weg. Hier durch die Lampe ging die durch. Gucken wir mal an. Ein bisschen verkrüppelt sieht sie aus. Aber im Großen und Ganzen, es fällt ja überhaupt nicht auf. Gerade richtig. Guck mal, hier ist sogar noch, wenn ich auf Enhance gehe, sieht man es vielleicht ein bisschen mehr. Naja, ich kann ja auch generell machen. Enhance. Hier ist ein Sensorfleck. Probieren wir also das auch direkt aus mit Radieren. Staubfleck entfernen. Auch da denkt er nach. Hier. Und schon weg. Also. Wirklich, wirklich gut. Also kurzes Fazit nach diesem schnellen Rumprobieren. Luminar ist wirklich eine Alternative zu Lightroom. Egal ob jetzt AI oder Neo. Und vor allem dann ist eine Alternative, wenn du kein Abo möchtest. Aber nicht nur das. Ich sehe es nicht nur als Alternative, sondern auch als Ergänzung. Denn gerade was der Enhance-Regler macht, das gibt es mit Lightroom nicht so einfach. Oder auch dieses Staubflecken entfernen. Und das ist jetzt super easy. Einmal draufklicken und das meiste ist erledigt. Also von daher kann es auch gut zusammenspielen als Plugin oder Himmel austauschen. Klar, das geht auch mit Photoshop. Aber guck mal, was ich hier auch probiert habe. Hier. Da habe ich einfach. Na, kriegt das scharf. Ja, hier. So sah es ursprünglich aus. Und dann habe ich einfach diesen, na? Jetzt habe ich es wieder. Dann habe ich einfach diesen Himmel ausgetauscht, die Farben ein bisschen geändert. Dann sieht es so aus. Das geht halt super easy und super schnell mit Luminar AI. Und ja, hier sind so irgendwelche Sterne drin. Aber wenn man hier ranzoomt, dann macht er die. Hier, dann korrigiert er das. Also da ist auch die Vorschau noch nicht ganz perfekt. Nicht Luminar AI, Luminar Neo. Das ist ja Luminar Neo. Und wie gesagt, ist noch eine Beta-Version noch nicht komplett fertig. Deshalb gibt es halt solche Fehler. Aber gut, also definitiv ein Blick wert. Luminar. Ich bin gespannt, was Luminar Neo noch sonst alles so bringt. Das in der Hintergrund austauschen. Und was weiß ich, was da alles kommen soll. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin beobachten, wenn du sehen willst, was da alles noch kommt. Und wenn du sehen willst, was ich damit mache und wie ich es einsetze. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Hier gibt es eine ganze Playliste zum Thema Bildbearbeitung von mir. Hier gibt es mein letztes Video und dann sieht man sich schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.